Verwaltungsfachangestellte Verwaltungsfachangestellte erledigen allgemeine Büro- und Verwaltungsarbeiten. Sie erstellen Bescheide und Statistiken, erteilen Auskünfte, bearbeiten Vorgänge und führen Akten, größtenteils mit Hilfe der EDV. Im Rathaus lernen Sie viele verschiedene Abteilungen kennen, zum Beispiel Personalwesen, Bürgerdienste, Ordnungswesen oder die Stadtkasse. Gutes und sicheres Auftreten ist vor allem in Abteilungen mit Publikumsverkehr sehr wichtig. Auch gute Ausdrucksfähigkeit und Kontaktfreudigkeit sind wichtig. In diesem Berufsbild bieten wir jährlich mehrere Ausbildungsplätze an. Ausbildungsbeginn ist immer am 1. September. Die Ausbildungsdauer verkürzen wir generell auf zweieinhalb Jahre.